Die Indiener-Stamm Die Indiener-Stamm Die Indiener-Stamm Bei uns, in unserer Sprache, ich komme aus Kolumbien. Das ist ein Land ganz, ganz weit weg von hier. Und mein Indianer-Stamm heißt Kogi. Kogi bedeutet so viel wie Mensch. Wir haben die Indiener als Kriegsinstrumente. Was heute Bolivien und Perug. Und dann, wer kommen jetzt? Aber süß auch, oder? Ja, ganz süß. Ich habe es gesehen. Wenn ich gekommen bin, dann habe ich euch alle. Habe ich ganz gut aufgepasst. Und wir sind von diesen Bräern reingegangen. So, alle ganz süß. Aber so süß. Aber am Anfang sind süß, ganz süß. Hör mal süß. So wie hier. Blau. Okay, jetzt sind die Wolken weg. Sind die ganzen Wolken weg. Dann werden wir jetzt die Sonne rufen. Also kommen Sie hier. Musik 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 Und dann, gleich hinter mir und dann jeder auf seine Platz. Immer noch. Jeder geht langsam auf seine Platz. Aber leider ging für beide mit der Liebe alles schief. Denn das große wilde Wasser, das sie tränkte, war viel zu tief. Braune Bär und weiße Taube waren so, so fertig. Musik APPLAUSE Musik Musik der 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 Ich brauche von euch eine Feder. Jemand müsste mir eine Feder ausporten. Warte mal. Was ist das? Steinschneider. Was machen wir damit? Nein, 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 nein. Indiana kennt keine Schmerzen. Kommt hier. Kommt hier bitte zu. Alle Kinder wollen das sehen, oder? Ja! Da ist der Stein. Da ist der Steinschleuder. Und diese Feder muss ich treffen. So, keine Ahnung. Vertrau mir. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Neun. Ah. 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 Hab ich den Fernen nicht getroffen aber... Ah, mein fliegende Fuchs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.